Willkommen zurück zu New Pokémon Snap! Letztes Mal haben wir irgendwie neue Bälle bekommen, auf die wir jetzt irgendwie neue Reaktionen der Pokémon bekommen können. Keine Ahnung, was wir bekommen haben. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber wir sollen unbedingt mal zurück zum Naturpark, was ja das hier ist, und es mal ausprobieren. Tja, eigentlich wollte ich hier das Lumina Pokémon heute machen und dann vielleicht sogar ein neues Gebiet freischalten. Keine Ahnung. Hier zum Beispiel sieht man ja hier was irgendwie. Vielleicht ist hier noch ein bisschen so ein kleiner Fleck. Ansonsten ist hier rechts ja nur so ein Symbol. Aber okay, dann sollen wir wohl erstmal hier wieder alles neu machen. Mit irgendwelchen neuen Bällen, die irgendwas bei Pokémon auslösen. Ich weiß nicht, was das ist. Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. Und, ähm, ja. Das wird auf jeden Fall interessant. Bium, das hier ist es. Bium. Okay, leuchten dann. Achso, Moment, das geht dann in so ein Pokémon rein. Und was macht das dann für ein... Ey, Bro, Chipper. Okay, manche Pokémon reagieren dann seltsam drauf. Was mit dem Dodri? Denkt sich nichts bei. Komm mal ab hier. Ne? Denkt sich nichts bei. Vielleicht du? Ne? Auch nicht? Okay, schon irgendwie seltsam. So, aufpassen. Ich komme gleich in den Molker. Das würde ich sehr gerne bekommen. Da kommt es, da kommt es. Gibt es nämlich immer noch nicht. Aber jetzt... Ah! Zumindest habe ich ein relativ okayes Bild von dem. Immerhin. Hier ist was, hier ist was. Was ist denn hier? Ja, hier sind dann nur diese... Oh! Warum leuchtest du? Hm? Warum leuchtest du? Okay, da war es den Molker. Ich weiß gerade nicht, was ich kommentieren soll. Weil hier waren wir schon sehr oft. Und jetzt haben wir halt hier diese neuen Bälle. Ich weiß nicht, wofür wir die benutzen. Aber bestimmt irgendwas krasses. Ja, das ist halt wie das hier machen. Das ist genauso wie den Scannen benutzen. Und das kennen wir alles. Es ist nichts Neues. Es ist wirklich nichts Neues. Oh, da hinten. Hallo. Das ist ein tollen Moment erwischt. Aber auf jeden Fall. Ich treffe einfach nicht. Ich müsste es getroffen haben. Ja, aber es macht irgendwie kein Unterschied, meine ich. Nee, irgendwie nicht. Hey. Jibb. Ah, ernautest mich. Oh, jetzt kommen die zu mir hin. So. Wo rennen die denn jetzt lang? Zurück. Okay, das ist neu. Warum rennt ihr zurück? Hey, komm mal her. Dann ne, ich dann haut doch ab. Äh, vielleicht kann ich dem Beliza hier und was geben hier damit. Beliza, hallo? Nein. Also okay, das ist schon ein bisschen seltsam, weil... Huh. Das ist ein cooles Bild. Weil irgendwie reagieren sie halt nicht wirklich auf diesen Ball. Also ich finde ihn bisher irgendwie ein bisschen unnötig. Aha. Eine neue Frucht gefunden. Okay. Ein Hut, Hut. Wer auf einem Bein stehend. Wie ungewöhnlich. Oh ja. Nein, keine Ahnung. Vielleicht macht ihr irgendwas, wenn ihr jetzt beide hier so am Leuchten seid. Komm, küsst euch. Keine Ahnung. Nee, es passiert nichts. Ich habe keine Ahnung, wofür sind diese Bälle hier gedacht? Wofür sind diese Bälle gedacht? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Nee. Ich weiß es nicht. Ich freue mich aber, wenn ihr das Ding haben irgendwie. Hm. Hm. Ich muss wahrscheinlich richtig viel rausschneiden. Weil, na wohl, vielleicht ist auch alles drin. Ich hoffe, ich wirke gerade nicht zu langweilig. Weil ich nicht zu viel erzählen kann hierzu. Warum seid ihr hier? Normalerweise seid ihr nicht hier. Oh, da freuen sie sich. Yay. Yay. Juhu. Du freust dich auch, mein Freund? Du freust dich auch? Ja, du freust dich auch. Okay. Hm. Warum wollten wir jetzt, dass wir nochmal hier zurück zum Anfangsbereich gehen? Hier gibt es auch nichts mehr Interessantes. Ich habe bestimmt nicht mal ein neues Level-Up hier erreicht, oder? Selbst wenn, wie viele Level-Up kann man in jedem Gebiet bekommen, als ob ich so durchsuchte, jedes Gebiet. Ich habe nur 25 Fotos gemacht, das wird niemals ein neues Level-Up reichen. What? Dieses Bild soll ich so krass gewesen? Okay. Wenn das Spiel sagt, das war krass. Oder das hier? Seltsam. Nehmen wir das mal. Hm? Hm? Okay. Wenn man auf Pokémon diesen neuen Ball wirft, dann werden die Bilder seltener oder krasser oder so. Okay. Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Ja, hier habe ich kein gutes Bild für Dodri. Oder Vivillon. Aber für Embolgagier zwei Sterne, einfach weil das so am Leuchten ist. Genauso wie du, bist auch am Leuchten. Das ist doch ein schönes Bild. Ein Lake. Und drei Sterne. Why? Ich verstehe es halt vor allem nicht. Warum ist das ein krasseres Bild als alle anderen? Was ist so krass an diesem Bild? Das muss mir mal einer erklären. Naja, aber ich vergesse zu sagen, irgendwann mal, man kann gedrückt halten. Und dann nimmt man zum einen nicht automatisch irgendwas und zum anderen geht es dann ganz schnell voran. Muss ich nichts rausschneiden. Dann geht es von alleine. Nimm halt das, wenn du unbedingt willst. Mir eigentlich ziemlich egal. Da finde ich actually das hier irgendwie cooler. Das ist die gleiche Pose, mehr oder weniger. Aber diesmal sind es halt zwei Videos, die es dann machen. Ja, ich werde niemals Level-Up haben. Nee. Doch? Okay. Die Erkundung dieser Strecke läuft super, aber es gibt sicherlich noch unerforschte Ecken zu entdecken. Wenn du meinst. Ventil Region 02. Aha. Was für ein tolles Foto. Ich werde es als mein Favorit hochladen. Okay, der Upload ist fertig. Vergiss nicht, dass du auch deine Lieblingsfotos hochladen kannst. Naja, mach ich schon, mach ich schon. Ähm, lass mal sehen. Was war denn hier? War hier irgendein krass cooles, besonderes Bild eigentlich? Höchstens bedient. Aber selbst der war nicht so heftig. Nee, gibt's nichts. Nichts, was ich irgendwie krass cool oder besonders fühle. Fühl. Ja, auch das. Ähm. Strecke neu machen? Ich weiß nicht. Vielleicht? Der Leck. Ich habe es dann jetzt einmal nochmal neu gemacht mit diesen Wunderbällen. Nenne ich die jetzt mal. Diese Wunderbälle. Luminar Energie. Keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Will der jetzt wirklich, dass ich alles neu mache hier unten? Oder was? Sonst kann ich auch. Ja, komm. Jetzt haben wir hier Level 3 freigeschaltet. Ihr würdet schon gerne wissen, was hier geändert hat. Lass uns mal vorbeischauen. Vielleicht gibt es irgendwas cooles Neues. Vielleicht können wir durch die Blumen hinten durch. Oder für... Oh, hallo. Oder wie vielleicht finden wir weitere Pokémon. Oder neuen Weg für Pichu und Chimpep. Guck mal, die freuen sich auf mich. Das ist doch süß. Wollt ihr den Apfel nicht? Nein, dann nicht. Okay, auf den ersten Blick... Gibt es hier jetzt... Nichts Neues? Nein. Nein, das sind Pediza. Aber die machen nichts. Bäm. Magst du was machen, du? Ich habe dich abgeschmissen. Ne. Hm. Schlafen die? Oh, ist mir die zur Schlift neben ihm. Oh. Hopplo ist jetzt am Tag vorbeigekommen. Cool. Okay. Was macht Hopplo am Tag hier? Wow. Wow. Habt ihr es gesehen, wie hoch... ...es gesprungen ist? Da ist es noch. Hier so was Neues? Hoffentlich. Nein, es ist immer das Gleiche hier. Das ist ja eigentlich... ...vollkommen egal. Kennen wir alles schon. Oh, Hallöchen. Skarabon! Hey! Hey, Skarabon! Hey! Hey, Skarabon! Hey, ignorier mich nicht! Vielleicht ignoriert es mich nicht mehr, wenn er wach ist. Hier, hallo. Ist das ein... ...Lumina Skarabon? Ne, das ist ein normales. Ich glaube, es ist ein normales. Ne, ist ein normales. Hm. Wo ich gerade... ...Taubos am Tag? ...Krass. Eih, und geht. Okay. Ja, es gibt hier neue... ...Pokémon? Hm, was? Hö, was das denn? Ah, da wäre jetzt diesmal also hier lang? Oh, lol. Ich kann jetzt... Warte, kann ich jetzt ernsthaft hier übers Wasser? Oha, kann ich wirklich, oder? Ja, da dreht sich. Lol. Ah, der Bedi-Zer-Damm ist fertig. Er sieht ziemlich robust aus. Du kannst ihn mit näher und bestimmt überqueren. Oha, wie cool. Bedi-Zer-Damm. Und da wohnen die süßen Schellen, wiki-Zer. Und da ist Körbodor. Boing. Wiu. Ja, ja. Ich komme in die Luft. Hey, what geht? What geht, Bro? Okay, nichts. Hey. Hey, das hat seine Position gewechselt. Jetzt hat er seinen Kopf anders gedreht. Da ist genau in Richtung Moment getroffen. Ja, vielleicht mal schauen. Hm, warte, warte, was? Nee, okay. Ich dachte, ich hätte da hinten Pokémon gesehen. Habe ich aber nicht. Okay, der Rest scheint aber so ziemlich alles gleich zu sein. Ja, sind ganz viele Waumpels halt dazu gekommen, aber... Oh, die interessieren ja nicht. Moment. Wenn ihr hier ganz viele Chimp... Wenn ihr hier nochmal Chimpip und Hopplo hier sind. Wo ist dann Memion? Mein Liebling von den drei. Schon traurig irgendwie. Oh. Ist der jetzt ein... Yes. Hier, du auch. Willst auch den Apfel. Oh mein Gott. Sie essen den beide. Ich spamm einfach gerade einfach nur A. Oh. Hi. Wow. Wow. Was war das denn, Graf in der Tacke? Oh. Wie die rumtanzen hier. Krass. Oh, da waren voll viele von denen. Okay. Okay, Level 3 hat mir bisher am meisten gefallen vom Naturpark. So, ja, nicht diesen Ort hier mal. Oh, das war schon ziemlich schön. Ich weiß doch gar nicht, wie ich das zusammenschneiden sollte. Vielleicht lasse ich auch einfach alles roh, weil... Ich weiß nicht. Was... Wie soll ich das sonst zusammenschneiden? Hä? Ich habe keine Pichu-Bilder? Was? Das sind alles Chimper-Bilder am Ende geworden? Wow. Drei Sterne. Okay, das ist süß. Hä? Ich könnte das nehmen, oder ich nehme das hier. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich nehme hier vor das hier. Das sieht auch cool aus. Am Medica habe ich hier ein Zwei-Sterne-Bild. Warum auch immer. Hm. Hopplo-Bilder. Wie böse er da guckt. Habe ich sonst... Vielleicht habe ich doch die hier. Wo die zusammengefuttert haben. Das war doch voll süß. Ja, nehmen wir das doch. So voll knuffig. Ja, Emolga. Aber ein besseres Bild. Scaraborn. Das allererste Mal in Scaraborn-Bild geschossen. Ich muss überlegen, welches Bild das beste sein könnte. Das hier. Einfach mal da oben rechts. Emolga noch kurz vorbeischneidet. Äh, ja. Warum habe ich nur ein Bild? Taubers. Habe ich wirklich so schlechte Bilder von Taubers? Schade. Ja, Piculente. Wollte ich die ganze Fotografieren. Hab es aber nicht richtig hinbekommen. Bisschen schade, aber ja gut. Hm. Bivilon. Ja, gut. Ne. Was? Vier Sterne? Das ist ein cooles Bild irgendwie. Wow. Und Gurelei dort hinten. So voll am Updancen. Joom. Okay. Lass mal sehen, ob sich dadurch jetzt irgendwas geändert hat. Perfekt. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Oder muss ich jetzt noch Nacht machen. Das könnte auch sehr gut sein. Ja, das ist doch viel cooler. Ja, das hier. Scaraborn. Eine neue Diskussion. Eine neue Diskussion. Zack, zack. Ja, da soll ich das erste haben. Nehmen wir auch das erste. Hier auch. Hier auch. Joa, nehmen wir hier das hier. Hier ist es eigentlich vollkommen egal. Das ist ein richtig schönes Bild. Nehmen wir, da halten wir mal das hier trotzdem noch. So, aber was wird sich denn jetzt geändert haben? Außer, dass wir halt ein paar neue Bilder haben, so. Sonst hat sich doch nichts gebessert, finde ich. Damm-Fertigstellung. See. Lass mal ganz kurz das eine Bild uns anschauen. Hier dieses, äh, hat es meiner wie hier im Holger, aber das meinte ich jetzt nicht. Ähm, wo war denn das jetzt? Das müsste doch eines der letzten Bilder gewesen sein. Heißt, es müsste ganz hinten sein. Genau das hier. Das will ich mir ganz kurz im Foto Plus anschauen. Das mache ich jetzt auch ständig, damit ich diese Bilder hier in, ähm, Widescreen habe. Nicht immer lang ziehen, muss ich die Thumbnails. Falls ich das Thumbnail nehmen möchte. Äh, nur wo mache ich das Menü aus? Irgendwie kann man es ausblenden. Ach, X. X war's. Yeah. Ja, das wollte ich mir nur kurz anschauen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal bei Nacht vorbei. Hoffentlich ist dort bei Nacht irgendwas Neues mit den Bällen zu tun. Äh, Jetzt denke ich mal, haben wir das exakt gleich nochmal in der Nacht. Obwohl, ich glaube, Level 3 werde ich hier nicht mehr erreichen. Bis, welchem Level geht es überhaupt? Weiß nicht, ob ich so Lust habe, diese Level so komplett hoch zu machen, weil man muss ja immer wieder nur die Strecken ganz langweilig neu machen. Man kann ja auch nicht schneller fahren oder so. Ich will ja nicht jedes Pokémon in einer anderen Sternenqualität, ähm, fotografieren. Ich möchte jedes Pokémon am Ende fotografiert haben, aber nicht jedes Pokémon in einer anderen Qualität fotografiert haben und dann gespeichert haben. Weil das ist echt schon anstrengend, finde ich. Aber wenn es geht, möchte ich auf jeden Fall jedes Pokémon fotografiert haben. Wenn es geht und nicht komplett, äh, ja, nervig ist oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, wie lange das Spiel überhaupt geht, insgesamt. Ich denke mal, es gibt vielleicht, weiß ich nicht, grob geschätzt, ich weiß es nicht, sechs Orte? Vermute ich jetzt einfach mal. Hallo, Bidiza. Möchtest du nicht vielleicht diesen Ball berühren? Oh. Hier ist jetzt Pichu und Hopplo. Mhm. Oh. Da sprinten sie weiter weg. Oh Gott. Kann man nicht mehr stoppen. Alles klar. Sonst gibt es hier aber nichts. Noch ein Tango los, ja. Wow. Das hätte ich wahrscheinlich fotografieren müssen, wie ich so rumgesprungen ist, oder? Hey, mach was. Mach weiter. Mach was. Er macht nichts. Warum tut er nichts? Also den ganzen Kramwoks. Bäh. Du stehst jetzt aber nicht weiter, oder? Komm her. Mach was. Warum macht er nichts? Warum machst du nichts? Warum guckst du einfach geradeaus irgendwo hin? Wie so ein gruseliges Monster. Weißt? Bäm. Kramwoks. Hey. Hey. Darf ich mich nicht. Okay. Irgendwie finde ich diese Ability sehr sehr lame. Kann man wie kaum irgendwas mitmachen. Obwohl, vielleicht können wir jetzt hier, das ist eine, ihr wisst schon was, hier rausholen. Das pinnen sie ja. Komm schon. Vielleicht kriegen wir das jetzt dadurch raus. Komm raus da. Raus da. Nee, das bleibt, glaube ich, die ganze Zeit da drin stecken. Wow. Krass. Aber, oh. Ui, guck mal, wie sie kuscheln. Guck mal, wie süß die beiden. Kuscheln. Wacht schön mal auf. Nee, sie wacht nicht auf. Ist noch ein dritter. Mhm. Okay. Aber wenn er damit fertig ist, warum ist er dann hier, oder ist er hier auch fertig? Weil ich ihn auf dem Tag fertig gemacht habe. Ist er jetzt auch in der Nacht fertig oder nicht? Aber sind alle am Schlafen, ne? Das sind wirklich alle. Kann ich hier nicht lang. Ich muss dran denken. Da hinten ist voll das süße Karpat. Oh doch, ich... Wow, jetzt gehe ich hier lang. Wofür ist das denn abgestimmt? Na, ist trotzdem cool. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Oh. Da kam gerade irgendwas runter. Oh, wahrscheinlich ein Karpator. Hey. Alter, wie es sich erschreckt hat. Oh, das arme Karpator. Das war gerade noch am Schlafen. Und ich erschrecke es so. Oh, Mann. Oh. Felinara. Was macht ein Felinara hier? Okay, der Ort hat sich auf jeden Fall geändert. Oh mein Gott. Wie süß. Oh, das redet weg. Das hat Angst vor mir. Es tut mir leid. Aber die Orte ändern sich auch, wenn man die Tagversion, schräg, schräg, Nachtversion geupgradet hat. Das hängt dann voneinander zusammen anscheinend. Oh, hi. Na? Was geht? Ja? Beschreck dich mal bitte wegen mir. Genau. So was. Bye, bye. Hut, hut. Hut, hut. Komm schon. Ja, genau so was würde ich sehen. Komm, wenn ich jetzt nach an die Rand bin, nochmal. Genau, danke. Batribi. Bleib stehen. Batribi. Bleib stehen. Dann treffe ich dich halt. Ja, okay. Bei denen macht es keinen großen Unterschied, glaube ich. Hä? Dothri, was machst du denn hier? Okay. Interessant. Hieß immer was? Aber nichts besonders wahrscheinlich. Nee, nur diese Blume. Als ob ich die so zum ersten Mal gerade sehe. Oh mein Gott, diese Blume. So heftig. Nee. Nee, das ist schon nett. Hey. Ja, keine Ahnung. Hast du schöne Fotos geknipst? Ja, das war zumindest nicht langweilig, könnte man sagen. Zumindest war es nicht das gleiche wie auf Level 2, sondern so eine Art 2,5. Zumindest hat es sich so angefühlt. Level 3 werde ich leider auch nicht erreichen. Aber dann ist es halt so. Lass uns doch mal sehen, was wir so schönes geknipst haben. Schön den Popo von dem Beliza natürlich. Ja, gut, da habe ich es halt leider nicht richtig hingekriegt. Hm. Hier. Oh, das war... Okay. Warum war das die 3 Sterne? Aber okay, nehme ich an. Pinsier? Mhm. Ja. Boah. Schon nicht schlecht. War irgendwie cool aus. Obwohl, warte, 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 warte. Das hier war schöner. Das hier war viel süßer. Mit den beiden Damen kuscheln. Ähm. Ja, dass man nur 3 Sterne hier schon bei Carpador. Wie es sich hier erschreckt hat. Wo, wo, wo? Das war irgendwie voll süß. Am Schlafen und dann hier... Wow. Heftig. Du hast mich erschreckt. Ich bin aufgewacht wegen dir. Aha. Hier. Filinara. Haben wir einfach entdeckt. Voll traurig. Warum ist es so traurig? Ah, Miss Filinara. Das ist jetzt ein... Was? Das hier ist ein Chimpep-Bild? Okay. Warum das auch immer ein Chimpep-Bild gerade war? Ja, das ist ein cooles Bild. Äh, Vatribi... Zip, 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 zip. Äh, ja, okay. So gute Bilder habe ich jetzt actually doch nicht geschossen, wie ich anfangs dachte. Schade. Obwohl, ich dachte, eigentlich das wäre ein gutes Bild. Hm. Hm, hm, hm. Na gut. Dann soll der Professor mal... ...seinen Senf dazugeben. Ja, das hier ist besser. Nice work! Bom, 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 bom. Ja, das hier. Äh, das hier. Nice work! Hm, hm, hm. Ja, nehm mal das. Zack. Natürlich das neue Karpador-Bild. Weiß nicht, wieso, aber ich finde es einfach cool, irgendwie. Ja, hier, wo die schlafen. Warum nicht? Fehlen die Nara! Vielleicht ist es sogar das Evoli, was sich entwickelt hat. Na, wahrscheinlich nicht. Aber wäre schon cool. Ich sag mir immer hier ein paar Mal die neuen Bilder. Außer hier. Und hier. Und hier. Was behalten wir beim Alten? Ja. Aber wir werden niemals Level 3 erreicht haben. Niemals. Nein. Ist auch gar nicht möglich. So, lass ich mir noch mal ganz kurz das Karpador-Bild anschauen. Wo waren das? Weiter hinten, oder? Hier. Hier. Karp! So voll lustig. Äh? Folge ist eigentlich schon so ziemlich vorbei. Ansonsten könnte ich es ein bisschen länger machen. Und wir gucken jetzt noch mal ganz kurz dieses Lumina-Ding an. Aber ich denke nicht. Herr Lundz ist es überhaupt. Ich denke nicht, dass sich das irgendwie geändert hat. Um ehrlich zu sein. Ich meine, wie soll sich das geändert haben? Wo soll das jetzt anders sein? Hier in Lumina-Zone. Wie soll sich das jetzt geändert haben? Nur weil ich die... Kann ich mit diesem Ball irgendwas... Ich gehe mal ganz kurz rein. Aber ich meine, dass sich nichts bewirken kann mit dem Ball. Ich glaube nicht, dass das irgendwas im ganzen Level ändert. Es gibt hier nur einen Ivory und das Megani. Ich will es ganz kurz ausprobieren, ob das irgendwas ändert. Lass mal sehen. Irgendwas. Ändert das irgendwas an dir? Änderst du dich mal? Komm, ändere dich. Irgendwas. Leuchtest ziemlich krass. Leuchtest du normalerweise so? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Irgendwie ignoriert mich das Viech aber auch. Ivory. Ne, irgendwie hat sich hier gar nichts geändert. Rein gar nichts. Guck, wie lange ich mich drehe. Richtig schön mittig. Ja, ich lasse es. Erkundung beenden. Es reicht. Ich glaube, da gibt es nichts mehr Neues. Trotzdem kann ich jetzt einfach die Bilder abgeben. Warum? Ja, Peter. Hier, nimm das eine Bild. Wenn du unbedingt das Bild haben möchtest. Hier, nimm es dir. So, da hast du es. Schön, oder? Geil. Null Punkte. Nein, ich will nichts im Eindruck speichern davon. Oh Mann. Joo, ich bin mal Clean. Der Dictionary der D regarder.